Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Du kennst es bestimmt auch, du bist total genervt, kommst total gestresst nach Hause, hattest einen blöden Tag, alles ist schief gelaufen, du wurdest vielleicht auf der Arbeit blöd angemacht, hattest Stress im Straßenverkehr und alles war einfach nervig und blöd und da habe ich einen ganz tollen Tipp für dich, wie du einfach alles loslassen kannst und diese ganzen Emotionen einfach loslassen kannst und dich gar nicht da so reinsteigern musst in diese Negativ-Emotionen, weil wenn du dich reinsteigerst, siehst du einfach noch mehr Negativs in deinem Leben und das will ja keiner. Ich mache es dann immer so, dass ich mir hier meine ätherische Ölmischung schnappe, Release, für loslassen und die hilft mir total, den ganzen Ärger und die angestaute Wut und negative Energie loszulassen. Dazu nehme ich mir einen Tropfen auf die linke Hand, Aktiviere den Rechtsdrehen und atme ganz tief ein. Wenn du ganz bewusst in die tiefe Atmung gehst, dann wird dein ganzer Körper mit Sauerstoff versorgt, das ganze Negative kann einfach raus und die Zellen werden frisch versorgt, du fühlst dich viel lebendiger, klarer, wohler und die tiefe Atmung unterstützt dich einfach dabei, weniger gestresst zu sein, mehr bei dir zu sein, mehr im Jetzt zu sein, im Augenblick. Und deswegen rate ich dir, Atme ganz tief ein, Inhaliere, Release, nimm einen ganz tiefen Atemzug, halte dann die Luft an und atme dann einfach doppelt so schnell wieder aus. Visuell kannst du dich auch noch unterstützen mit Bildern, zum Beispiel indem du in deinem Raum das Fenster ganz weit öffnest und du spürst jetzt, wie du die Liebe, die Dankbarkeit einatmest. Und wie du jetzt zum offenen Fenster deine ganze Wut, die ganze angestaute negative Energie einfach rauslässt, ins Freie lässt, aus dem Fenster rauslässt und wie sie einfach so von dir abfällt. Du kannst auch, um zu schauen, ob du wirklich tief atmest, deine Hand hier auf den Bauch legen und beim Einatmen spürst du dann, wie der Bauch sich hebt, wie du richtig ganz tief in den Bauch einatmest. Dann hältst du die Luft an und atmest dann einfach doppelt so lang wieder aus und entlässt die ganze Wut, den ganzen Ärger einfach. Release kannst du unterstützend auch auf die Leber auftragen. Dazu nimmst du einfach einen Tropfen auf die linke Hand, aktivierst den rechtsdrehend und verteilst es dann unterhalb vom Herzen, rechts im oberen Bauchbereich sitzt die Leber, verteilst es dann großflächig auf der Leber. In der Leber sind negative Emotionen gespeichert und durch Wut, Ärger, Stress wird einfach die Leber auch belastet. Und um alles loslassen zu können, unterstützt dich Julis einfach, indem du es auf die Leber aufträgst und einfach diese ganzen negativen Emotionen und angestauten Energien loslassen kannst. Außerdem kannst du hier auch deine Ohrläppchen massieren und auch das Öl so ein bisschen einmassieren. Hier am Ohr ist ja auch die Wirbelsäule abgebildet und die Wirbelsäule ist ja ein Informationsspeicher und sie speichert eben alles an Energien, an Positiven, Negativen, alles was dir so widerfährt im Leben, wird da abgespeichert. Und deswegen kannst du hier auch die Wirbelsäule am Ohr entlang massieren. Das beruhigt ungemein und hilft dir auch diese ganzen negativen Emotionen loszulassen. Beim Einatmen geht das Öl direkt ins limbische System, wo die Emotionen sitzen und unterstützt einfach den Prozess des Loslassens. Und es fällt dir dann einfach viel einfacher im Jetzt, im Augenblick zu sein und diese Wut einfach loszulassen und das Positive wieder in dein Leben zu ziehen, dein Herz zu öffnen und einfach alles Negative ziehen zu lassen. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn du Release mal riechen möchtest, dann kannst du mich gerne anschreiben, dann schicke ich dir duftende Post. Unter dem Video ist verlinkt, wo du es bestellen kannst. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und wenn es dir gefallen hat, abonnier doch meinen Kanal und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis dann! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020